Achtung, Achtung! Triggerwarnung! Dieses Video wird dich wahrscheinlich aufregen. Tut mir leid. Entzündungen. Ist das nicht eigentlich eine gute Sache? Also ich meine, wenn ich mir jetzt mit dem Messer in die Hand schneide, dann fängt es ganz stark an zu bluten. Das wird sich entzünden und das Ganze beschleunigt dann die Heilung. Richtig? Richtig. Akute Entzündungen sind super. Nicht so super sind chronische Entzündungen. Chronisch ist alles, was länger als zwei Wochen dauert. Wenn also eine Entzündung chronisch wird, dann ist das eben nicht mehr so witzig, denn dann können Strukturschäden an den Zellen entstehen und es kann sogar bis zum Zelltod führen. Nicht so gut, wenn es um die Zellen in unserem Gehirn geht, nicht wahr? Ja, deshalb ist es wichtig, die Ursachen für Entzündungen zu kennen. Jetzt kommt der unschöne Teil. Was sind die Ursachen für Entzündungen im Körper? Ursache Nummer 1. Eine ungesunde Lebensweise. Ungesunde Lebensweise. Ihr könnt es euch vorstellen. Rauchen, Alkohol, zu wenig Schlaf. Ihr kennt das Spielchen. Außerdem ist zu viel Zucker definitiv ein Auslöser für Entzündungen im Körper. Irgendwann kann die Bauchspeicheldrüse einfach nicht mehr. Und dann haben wir natürlich auf der Liste noch, es tut mir so leid, Milchprodukte. Milchprodukte sind für den erwachsenen Menschen kein förderliches Lebensmittel. Milchprodukte mit den ganzen Sachen, die in Milch so drin sind. Es tut mir leid, ich sage es einfach. Ja, also Eiter, Blut, Wachstumshormone, all diese Dinge, die in diesem Wachstumssaft drin sind, den ein erwachsener Mensch eben nicht mehr braucht, fördern Entzündungen im Körper. Es gibt da tolle Studien zu. Eine wäre zum Beispiel die China-Studie, wenn du Lust hast, das mal nachzulesen. Und wie sollte es anders sein? Das Thema ständiger Stress ist auch ein Auslöser für Entzündungen. Was kannst du da jetzt machen? Naja, du könntest die Sachen, die ich alle aufgezählt habe, ungesunder Lebensstil, zu viel Zucker, Milchprodukte und Stress, komplett aus deinem Leben verschwinden lassen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie ich schon im Video zur Oxidation erklärt habe, ist der beste Weg an der Stelle wahrscheinlich reduzieren, reduzieren, reduzieren. Wenn du jetzt denkst, das schaffe ich alles gar nicht alleine, dann schau mal unten in die Bio. Ansonsten sehen wir uns am nächsten Sonntag und bis dahin, vergiss mich nicht.